Hallo Skat-Freunde! Heute darf ich mal wieder meine Qualitäten als Glücksfee unter Beweis stellen, denn es liegt an der Jahresabschluss von unserem schönen Rocket-Turnier. Fast 60.000 Euro sind hier im Jackpot zusammengekommen und dieser Jackpot wird jetzt in einem 5-Serien-Turnier am Sonntag, dem 19. Januar 18 Uhr unter das teilnehmende Volk ausgeschüttet. Die Finalisten wissen überwiegend schon, dass sie dabei sind. Das sind natürlich die sieben Besten unserer 13-Monats- oder 4-Wochen-Qualifikationszyklen, besser gesagt. Das ist ja eine relativ lange Liste, in der ich zum Glück auch dabei bin. Dann sind es noch die 10 Besten der Jahresrangliste, also auch Fleiß wurde belohnt und laut Ausschreibung beißen bei uns eben nicht den Letzten die Hunde, sondern wir haben noch 10 Lucky Loser und diese werden jetzt per Los ermittelt aus den 15 Spielern, die die meisten Listen im Rocket gespielt haben und es bis dahin noch nicht geschafft haben, sich fürs Finale zu qualifizieren. Das hatten wir im letzten Jahr auch schon. Da wurden allerdings nur 5 gezogen. Insofern habe ich diesmal eine etwas bessere Chance, nicht allzu viele Spieler zu enttäuschen. Und wie auch im letzten Jahr werde ich diese 15 Namen jetzt hier auf Zetteln notieren und dann ganz herkömmlich per Los ziehen. Dann starte ich mal mit dem Hertha-Tommy. Und schließlich den Alsteradler. So, damit befinden sich jetzt alle Zettel im Kasten, in der Kiste. Die kann ich euch auch hier zeigen. Das brauchen wir nicht mehr. Das hier ist die große Losschüssel, in der ich jetzt hier so ein bisschen drin rumrühren werde. Ja, jetzt noch ein bisschen Feenmagie von der Meerjungfrau von Ariel hineingetan. Und dann geht es los mit der offiziellen Ziehung. Der erste, der dabei ist und sich freuen darf, ist Larry. Herzlichen Glückwunsch. Der zweite, den wir haben, ist Werner. Auf dem nächsten Qualifikationsplatz haben wir den Weihra. Das vierte Ticket geht an den Alten. Der Alte, besser gesagt. Herzlichen Glückwunsch, Thomas. Dann haben wir Olli ohne Ass. Ja, ohne Ass, aber immer mit dabei. Herzlichen Glückwunsch. Das waren jetzt fünf. Jetzt wird die Luft ein bisschen dünner, aber geschafft hat es auch Hertha-Tommy. Sowie Marina 895. Der achte Qualifikationsplatz, der achte Lucky Loser ist Lannister. Zwei haben wir noch. Auf dem vorletzten Platz haben wir Hollywood. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt ist die Luft natürlich ganz schön dünn. Das ist wie beim Würfeln. Einer aus sechs haben wir noch. Wen ziehe ich als letztes? Es ist Maike 111. Diese zehn haben es also geschafft. Bei allen anderen entschuldige ich mich. Ich konnte, wie nun mal die Regeln vorsehen, hier nur zehn ziehen. Das freut mich aber, dass wir hier noch einige Lucky Loser mit im Turnier haben. Und damit freue ich mich dann auf ein schönes Turnier am 19. Januar. So, dann zum Abschluss bedanke ich mich noch einmal bei Tanja Pelkon für eine Unterstützung von 20 Euro, bei Christoph Möller für eine Unterstützung von 20 Euro, bei Yvonne Woeg für eine großzügige Unterstützung von 50 Euro und für Harald Schmelzle für eine Unterstützung von 10 Euro. Das Ganze kommt diesem Kanal zugute. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr so großzügig seid. Ich wünsche euch jetzt noch alles Gute und bis bald wie immer mit einem Gutblatt. Bis bald.